Warte, warte, warte. Kannst du weiterbauen? Ja, doch nicht. Jetzt kannst du weiterbauen. Wir haben Ende. Okay. Und ich geh wieder auf den Sack. Oh, wir sind bei der Maschwurm-Scheiße angekommen. Hätt, haben wir auch so mal gefunden. Jawohl. Oh, warte, da oben liegt was. Was ist denn da? Oh, kann ich nicht mitnehmen. Ich habe keinen Platz. Oh, jetzt haben wir ja Maschwurms gefunden. Ich habe keinen Platz, Maschwurms mitzunehmen. Du? Ja, wie gesagt, lass die mal kurz sortieren, wenn du kannst. Ich komme mit mir in deine Höhle hier. Das ist lustige Musik. Ja, ich glaube, das ist ja ein Maschwurm-Ding. Also hier, ich gebe dir Led Ore. Gib du mir mal, wenn du hast, Jungle Grass Seeds oder Jungle Spores. Dann sortieren wir einfach ein bisschen. Sollen wir nicht in eine Trist-Kiste stellen? Nee, die finden wir nie wieder, Mann. Ich meine, was zum Sortieren. Ach so. Ich gucke gerade, weil ich wegwerfen kann. Ahorn. Ein Swarling Knife. Warte mal. Ja, ich gucke mal. Ein Handstone? Wolle nicht. Eine King's Stature. Hier, ich sortiere mal ein. Du machst dann Quick-Stack. Von so Sachen, die ich habe, wo ich keinen vollen Stack von habe. Dann können wir da vielleicht mal gucken, dass wir dann volle Stacks rauskriegen. Und das ein bisschen verbessern. Und das ist alles normal. Nö. Moment. Ah. Das ist alles voll. Okay. Mach mal Quick-Stack. Jo. Hey, meine Pfeile. Ja, die kannst du auch alle haben. Die brauche ich nicht. Hast du Frostbarn-Errors in deinem Inventar? Ja. Okay. Dann kriegst du die auch noch. Da. Jetzt guck mal, dass du noch ein paar Platz im Inventar hast. Dann nehme ich auch noch welche. Hab ich. Okay, dann lass mich nochmal in die Kiste. Dann gucken wir jetzt mal. Ich nehme das mit. Das mit. Das Holz. Hast du normale Holzplanken? Also so keine Maragoni, sondern normale Holzplanken. Nee. Okay. Ja, wie viel Platz hast du noch im Inventar? Zehn, zwölf, dreizehn. Ich hab jetzt... Wenn du jetzt noch den Rest mitnimmst, dann dürften wir gleich sein. Sie blutet. Ich hab mal ein paar Maschumseinsacken hier, mal. Sie sind im Herzen. Okay. Alter. Nein. Alter, es stirbt. Alter! Geht doch. Zeig dich. Wo hab ich jetzt aggro. Die Musik von dem Maschumseinsacken ist schon echt cool, ey. HeShow. Ich wer mich in den Maschumseinsacken geben. Wenn ich mir ein bisschen von den Maschumseinsackerze hab. Und hier ist Zilt und ich habe ja dieses komische Gerät, was sagt ihr hier, du kannst Zilt in irgendwas nützlicheres umwandeln, da bin ich mal gespannt, was daraus wird. Wolle? Ich weiß es noch nicht. Was wird daraus, was daraus wird, aber ich will es ausprobieren. Ja, also die Musik gefällt mir für echt gut in dem Marshmobie, echt klasse. Oh, hier ist ein Gold, oh mein Gott. Weißt du, ich wollte ein Marshmobie abfarmen. Und was mache ich, ich bin hier schon wieder bei irgendeinem Erz im Dschungelgebiet. Ich halte mich auch selber nicht treu. Ich halte mich. Okay. Was bist du? Und warum kann ich dich nicht einsammeln? Scheiß drauf. Was ist? Green Mushroom. Okay, das ist gut. Ja kommt doch, ne ihr scheiß Viecher. Ja, treut euch, treut euch, treut euch. Bist du in dem Maschurengebiet? Zweifel. Ich würde da die ganze Zeit nur arbeiten ein, ne? Das bin ich nicht. So. Hier steht kein großer Mushroom, was ein bisschen schade ist. Und ich fühl mir keine Mushroom... Äh, Spores. Das ist ja nicht schade. Oh man. Hi. 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 Du hast nicht gemeint. So, jetzt bin ich mal gespannt was daraus wird. Ich glaube, das reicht mir jetzt auch wenn ich hier... Ich fühle mich da davon. Äh. So, jetzt brauche ich noch mehr Mushroomies. Komm, lass mich da rein. Oh, da oben ist noch ganz viel Tungstenrohr. Ja. Manche kann man gar nicht mehr einsetzen für die Mushrooms. Ja, das habe ich auch schon bemerkt. Irgendwie... Ja, wie gesagt, ein bisschen schade, dass hier das Gebiet nicht so einen... so einen großen... so einen riesen Mushroom hat. Weil aus dem bekommt man halt diese Mushroom... äh, Glowing Mushroom Seats. Und die sterben, ne? Hallo? Mach mal was. Ähm. Kommt ihr hin, ja. Ja. Weil die Glowing Mushroom Seats sagen, dann kann man halt dieses Gebiet selber machen. Das kann man irgendwie 50 Meter unter der Erde oder so, oder... Dann kann man so ein eigenes Glowing Mushroom Gebiet machen. So eine Farmzucht, oder so eine Farm, weißt du? Dafür braucht man aber leider dieses... Oh mein Gott, das sollte ich nicht abfarmen. Sondern erst das Zilt wegstopfen. Haha. Das glaube ich. Boah, ich ersticke mich hier grad fast die ganze Zeit selber mit dem Zilt, ja. Ein bisschen mal aufpassen. Ja. Autsch. Genau das meinte ich. Ich rede noch drüber und vermare ich sofort wieder den nächsten Ziltblock auf den Kopf werfen lassen. Promi. Oh, hier bist du schon wieder unter mir. Hier bist du nur unter mich gekommen. Oh. Ich kann Tanks den Ohr nicht mehr mitnehmen. Was kommt denn weg dafür? Mud. Tschüss Mud. Ich kann mal rüber zu dir. Ich kann mal rüber zu dir. Oh. Alter. So, du hast jetzt Glowing Mushrooms, ne? Oh. Mach ich folgendes. Dann gebe ich dir die. Wenn du... Hast du noch... Ne, Goldohr hast wahrscheinlich noch nicht, ne? Okay. Äh, ja, warte aber dann gebe ich dir trotzdem die Glowing Mushrooms, wenn ich sie finde. Wo hab ich die denn? Äh. Ach da. Ich hab fünf Stück. Wow. Sind ja fast sehr viele. Da ist ein Skeletor. Mushroom Grass Seeds. Doch. Genau. Die brauchen wir. Was sind die her? Ich wusste nicht. Ich hab hier mit dem... Ich dachte, die kriegt man immer nur aus diesen Riesenpilzen. Die halt hier jetzt gar nicht stehen. Oder? Du hast oben einen gefunden. Aber du hast vor mir nicht gesagt. Komm Skeletor. Stirb. Und ein Hook. Ja, Hooks. Brauchen wir auch noch später ein paar mehr. Aber es gab ja noch diese verbesserte Form von dem Grappling Hook. Das war dann... Äh. Dieser Jungle. Da hatte man dann so drei so Arme, die man benutzen konnte. Da weiß ich nicht, ob man dafür nicht auch Hooks braucht. Und wenn ja, dann haben wir da schon mal angefangen zu summeln. Wie viel Tangsten ist hier unten? Hier ist echt viel Tangsten. Du hast freitag bisschen frei, oder? Äh... Jein. Ja, ich muss abends Uni. Also halb frei hab ich auch. Nur wenn man so nicht... Oh. Ganz schön viel... Die müssten Amethyst sein. Die kannst du mir geben. Davon hab ich schon welche. Hm. Gold. Gold. Und Gold hab ich auch. Wie gesagt, da mit Tistenwerf rüber, dann brauchst du die nicht im Moment halten. Und Gold auch, was du grad eingesammelt hast. Einen oder so. Und Gold auch, was du grad eingesammelt hast. Einen oder so. Komm, stirb. Alter! Geht doch. Äh, du kommst zu such. Der wird gnadenlos weggesniped von meinen Magierkünsten. Und wieder drauf ist gegangen. Wurm! Daneben. Ähm, ich könnte Hilfe machen. Haha. Ah, du auch, wie sehr. Boah, jedes Mal. Einen kaputt. Danke. Jo. Hier liegt ein Herz. Ja. Danke, Gripplinghooker. Komm noch mal raus da, du Saftsack. Komm. Schlecht. Ganz schlecht. Alter Schwede. Ich guck mal, dass ich hier unten ne Truhe irgendwie mach. Ha, hab. Ah doch, ich hab wohl noch eine. Puh, schon gehabt. Ich dachte, ich hab keine mehr. Eigentlich will ich jetzt schlafen. Ja, wie gesagt, doch mal. Ich sag euch ja, ich will ne Truhe machen und dann eine Sachen hier bunkern. Autsch. Der Rook hat halt dich gegriffen. Ja, der Problem kenn ich. Ah, du bist auf ne Truhe gefallen. Du bist auf ne Truhe gefallen. Nee, ich glaub nicht. Ich bin auf ne Truhe gefallen. Nee, ich doch nicht. War nur deine, noch goldene, die du noch eingesetzt hast. Ich seh dich aber auch nur so an mir vorbeisegeln und denk mir nur, okay, das war's. Moment mal, eben hier unten, hier stört mich. Hier stört mich in der Ausübung meiner Tätigkeit. Und so. Okay. Also. Truhe. Ja. Was hab ich denn jetzt sofort wieder eingesammelt hier? Weg. Komm gleich dran. Moment. Da ist es noch. So. Ähm. Hoppala. Und zwar. Kommt jetzt erstmal Kram rein. Kram, 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 Kram. Und das Spiel beginnt erneut. Ja, da waren ja nur... Und zwar. Und zwar. Und zwar. Und zwar. Und zwar. Und zwar.